Eine Rahmenpflegeberatung ist in allen Situationen rund um die Pflege und Betreuung von Betroffenen sinnvoll. Gemeinsam mit den Angehörigen überlegen wir, welche Hilfsmittel den Alltag erleichtern und das Zuhause sicherer zu gestalten. Wir geben den Kunden die Informationen an die Hand, dass sie zum Beispiel Hilfe im Alltag bekommen beim Einkaufen oder wenn sie nicht mehr in der Lage sind, alleine zum Arzt zu gehen, dass sie da Unterstützung bekommen, Begleitung oder auch einfach Haushaltshilfen, die beim Reinigen der Wohnungen zum Beispiel behilflich sind. Die Leistungen können alle von der Pflegeversicherung abgerufen werden. Wir können unseren Kunden die Informationen geben, ob ihnen ein Pflegegrad zusteht, wie der beantragt wird und welche Leistungen der Pflegekasse bzw. der Krankenkasse ihnen zustehen. Die Belastung der Angehörigen ist immer groß und deshalb ist es super wichtig, sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen und gerne sind wir unseren Kunden behilflich, welche Leistungen der Pflegekasse sie dafür in Anspruch nehmen können. Die Rahmenpflegeberatung sollte definitiv vorm Pflegeeintritt passieren, weil oftmals die Angehörigen erst zu uns kommen, wenn sie schon in der Situation sind und dann eigentlich mit der Pflegesituation schon völlig überfordert sind. Es ist wichtig, sich um Patientenverfügung und Vollmachten zu kümmern, damit im Ernstfall auch die individuellen Wünsche berücksichtigt werden können. Wir verstehen uns als Problemlöser und sind hilfreich bei allen Fragen rund um die Pflege und der Versorgung. Die Aufgabe der Rahmenpflegeberater ist es, sich ein Gesamtbild der Pflegesituation zu Hause zu machen und dann individuell auf die Leistungen der Pflegekasse beraten zu können. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Beantragung der finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung und zeigen ihnen Wege auf, wie diese genutzt werden können. Manchmal stößt die Hilfe durch Angehörige auf Ablehnung. Gerne stehen wir dann hier als neutraler Berater im Rahmen einer Pflegeberatung zur Verfügung. Bei jeder Beratung lassen wir unserem Kunden eine Beratungsmappe vor Ort, in dem wichtige Informationen zum Nachlesen dabei sind und die nächsten Schritte beschrieben sind. Gerne stellen wir auch unser großes Netzwerk zur Verfügung, in dem wir zum Beispiel Betreuungsdienste haben, Hausnotruf, Essen auf Rädern oder Begleitung im Alltag. Viele Kunden kennen Rahmen nur als Hilfsmittellieferant. Wir aber können mehr. Mit unseren Beratungsangeboten können wir den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen helfen, die Pflege zu Hause zu meistern. Rahmen. Wir schaffen Lebenswerte.